Und damit willkommen zur letzten Folge der diesjährigen Champions League oder Fantasy Champions League Saison. Ja, das Finale war am Samstagabend und ich denke für alle, die dieses Video sehen, werden sich auch für Fußball interessieren und werden mitbekommen haben, dass der FC Chelsea, die diesjährige Champions League Saison gewonnen hat, zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nach 2012 und wenn City, die das erste Mal hätten gewinnen können, bleiben weiterhin sieglos. Meine persönliche Meinung, ich war sowieso von vornherein für Chelsea, von daher freut mich das Ganze. Das ist aber gerade ein anderes Thema nebensichtlich und wir schauen uns ein letztes Mal die erbeuteten Punkte an. Natürlich durch das Prinzip dieser oder durch die Spielregeln dieser Fantasy Champions League nur mit Man City und Chelsea-Spielern. Logisch, kein anderer kann noch Punkte machen von einem anderen Verein. Und somit hatten wir im Tor schon mal die richtige Entscheidung getroffen zwischen Mondi und Ederson. Mondi hat einfach generell in dieser ganzen Saison so viele Spiele zu Null gespielt und somit auch wieder in diesem Finale. Einfach ein ganz starker Torhüter. Und deswegen war es da schon mal die richtige Entscheidung und auch die Kapitänsbinde ihm zu geben, war gut. Ich hätte sie auch Aspilogeta und Chilwell geben können, wäre letzten Endes dieselbe Punktzahl bei rausgekommen. Wenn auch die beiden, oder Rüdiger, denn auch diese drei hatten alle sechs Punkte. Mit dem doppelten Bonus des Kapitäns wäre es auch 12 wie bei Mondi. Letzten Endes ist aber egal, denn es gibt keinen, der mehr als sechs Punkte hatte. Ups, da haben wir mal kurz einen Quickscan. Ja, und Walker eigentlich auch noch, gut, und Diaz wäre ja auch dasselbe rausgekommen. Also auch was die Verteidigung angeht, eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es mit den anderen Verteidigern aussieht. Das sind ja zum Beispiel Christensen bei Chelsea oder ich weiß gar nicht, wer da noch in der Verteidigung nochmal bei ManCity war. Mittelfeld wird dann schon ein bisschen abgespeckt. Gut, der Bräune musste ja früh raus wegen seiner Verletzungen. Das war natürlich ärgerlich. Gündogan hat ja lange auf einer Position gespielt, in der er eigentlich gar nicht spielte, auf der Sechser. Weil Pepp ja ohne richtigen Sechser dieses Mal gespielt hat, was ja ungewöhnlich ist für den. Und auch Foden irgendwie nicht so ganz, also Mittelfeld, so mittelmäßiger und Sturm ja ganz abgespeckt. Werner wieder mit einigen Großchancen sind, die er vergeben hat. Ich denke, wer das Spiel verfolgt hat, weiß, wovon ich rede. Besonders die erste Chance. Ja, Gabriel Jesus, erstens, erst später reingekommen und auch dann keine große Rolle mehr gespielt. Giroud gar nicht gespielt, also Sturm. Ja, also von hinten nach vorne wird es immer schlechter. Weshalb uns das letzten Endes auch eine Gesamtpunktszahl von 44 Punkten bringt nicht das Beste, nicht das Schlechteste der gesamten Saison. Wir schließen damit das Ganze weltweit auf Platz 113.275 ab. In Deutschland tatsächlich auf 737, bei über 4000 jetzt nicht das Schlechteste und neutral, da weiß ich eigentlich gar so gar immer noch nicht, was das bedeutet, aber egal, da sind wir auf 89.861. Ja, so Mittelfeld könnte man sagen, Deutschland war oberes Mittelfeld. Und ja, damit habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Es wird, denke ich, auch kommende Saison irgendein Fantasy-Football-Projekt geben, egal, in Form von Fantasy-Manager, ob irgendein anderes Fußball, keine Ahnung, FIFA, aber das wahrscheinlich eher nicht. Irgendein Fußball-Projekt wird es kommende Saison auch wieder geben, denke ich, aber da weiß ich aktuell noch nicht, was. Das werde ich noch raussuchen. Und dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen, auch wenn es dieses Mal nicht ganz so aufwendig gestaltet war wie die Fantasy-Bundesliga. Allerdings hat sich das irgendwie nie so gelohnt, deswegen habe ich das dieses Mal weggelassen auf diese Weise. Und gebt mir gerne Feedback zu diesem Projekt und vielleicht habt ihr selber auch einen Wunsch, was das Nachfolge-Projekt werden soll für die kommende Saison. Und damit sollen das meine letzten Worte für dieses Projekt sein. Und wir sehen uns in einem anderen Projekt oder spätestens dann vielleicht bei der kommenden Saison beim Nachfolge-Projekt. Und wir sehen uns in einem anderen Projekt.